hallo und herzlich willkommen bei thomas kocht wir machen heute einen herrlichen rote bete salat und zwar machen wir die rote bete geröstet das ist für mich die beste art und weise wir den meisten geschmack drin behaltet und es wird einfach unglaublich gut und rote bete ist sowieso mit eins der gesündesten gemüse viele scheuen immer ein bisschen die zubereitung wegen der farbe weil sie angst haben dass sie sich die küche dreckig machen aber keine angst so schlimm ist es nicht so für den salat habe ich jetzt zwei große rote beten dann eine zwiebel zwei bis drei karotten je nach größe salz pfeffer ein gutes olivenöl balsamico essig dann habe ich hier noch ein bisschen groben senf fetakäse und thymian ich habe ihn hier getrocknet frisch ist noch besser aber getrocknet geht auch gut die rote bete die habe ich vor zwei tagen frisch im garten geerntet die blätter am besten schmecken sie wenn sie noch jung sind dann sind aber die roten beten klein die kann man essen könnte man aber auch wie ein spinat mit ein bisschen zwiebel anbraten ich verwende sie hier jetzt in dem fall nicht die schneiden wir jetzt hier oben ab klein bisschen könnte stehen lassen die wurzel lasse ich dran gleiche hier will wir die nicht zu knapp anschneiden läuft uns auch nicht so viel rote bete saft raus so ich werde jetzt in dem fall für den kompost verwenden wenn man sich das brett nicht dreckig machen möchte ist so eine kunststoffunterlage ganz hilfreich oder die macht so eine frischhaltefolie drüber oder ein backpapier beispielsweise ich packe mir die jetzt so wie sie sind in alufolie ein ich werde sie in dem fall individuell einpacken habe ich einfach weniger luft an jeder einzelnen darauf gebe ich großzügig salz und dann wirklich in alufolie ein ihr braucht sie nicht schälen gar nichts also waschen natürlich und das war's nachher geht die schale ganz ganz einfach ab der große vorteil an dieser gar methode ist dass die wirklich gedämpft werden im eigenen saft der komplette geschmack bleibt erhalten und wird nicht im wasser ausgelaugt und glaubt mir ihr werdet diese art rote bete zu garen lieben so die gehen jetzt in den ofen je nach größe bei der größe schätze ich 45 minuten bis eventuell eine stunde 200 grad ober unterhitze und damit unser schneidebrett nicht so leer bleibt habe ich mir gedacht rösten wir direkt ein bisschen gemüse mit karotten rote zwiebel passt sowieso perfekt dazu so dann müssen wir auch nicht viel machen je nach dicke halbieren wir sie die hier ist relativ dick die viertel ich und das war's schon mehr mache ich damit nicht bei der roten zwiebel ist es wichtig dass wir die wurzel dran lassen damit ich die in relativ große spalten schneiden kann also in dem fall viertel ich sie damit mir die nicht auseinanderfallen so halten sie schön zusammen dann gebe ich das gemüse in eine schüssel dann würzen wir das gemüse mit salz und pfeffer nicht zu geizig mit dem salz bisschen olivenöl dazu unser thymian wenn ihr frischen thymian nehmt schmeißt einfach ein paar zweige mit rein das sollte einen leichten ölfilm haben das gemüse so meine rote beete die hat jetzt schon ein bisschen vorsprung auf das gleiche blech gebe ich jetzt mein restliches gemüse so und jetzt sind die auch gleich schon nicht mehr ganz so einsam das geht zurück in den ofen je nachdem halbe stunde 40 minuten bis die gar sind und auch ein bisschen farbe haben während unser gemüse im ofen ist machen wir uns noch ein ganz einfaches leckeres balsamico dressing eine zutat habe ich eben übrigens noch vergessen honig so dann fangen wir an und das ist wichtig die reihenfolge wir nehmen erst den essig ich nehme hier zwei gute esslöffel als faustregel kann man immer sagen ein teil essig drei teile öl manche nehmen zwei teile ich habe bisher immer drei meistens genommen so daran gehen jetzt erstmal die würze salz und seit hier nicht zu geizig denn wenn wir das nachher mischen dann zieht das gemüse ja noch ein bisschen salz auf pfeffer aus der mühle dann nehme ich in dem fall einen groben senf einen guten teelöffel senf hat hier zwei funktionen einmal geschmack natürlich und gleichzeitig ist es auch ein emulgator damit wir jetzt auch ein bisschen süße haben nämlich in dem fall einen guten teelöffel honig rote beete und süße passt immer sehr sehr gut zusammen ja ihr könntet hier auch ein ahornsirup nehmen beispielsweise was eben eure bevorzugte süße ist so und jetzt ist wichtig dass wir das öl hier noch nicht rein machen denn die gewürze also speziell auch das salz wird sich sehr schwer lösen sobald das öl drin ist deswegen erst mal nur mit dem essig ein bisschen schütteln bis das salz aufgelöst ist oder zucker falls der zucker verwendet auch der löst sich in öl nicht wirklich gut so und erst jetzt gebe ich mein öl dazu olivenöl in dem fall dann nehme ich sechs esslöffel deckel wieder drauf schüttel 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 wie man hier sehen kann es ist relativ dickflüssig für den salat finde ich ist das perfekt das haftet dann schön an wenn es für einen blattsalat nehmen wollt oder für den gemischten salat könnt ihr es einfach verdünnen entweder mit ein bisschen brühe also gemüsebrühe beispielsweise oder ihr macht einfach einen schluck wasser mit dran bis ihr eben die gewünschte konsistenz erreicht aber es wunderbar emulgiert mein gemüse ist soweit das soll schön angerüstet sein das ist hier von der unterseite hat er schon eine schöne farbe die zwiebeln sind auch schön karamellisiert lecker so darf das aussehen so in einer perfekten welt wäre die rote bete jetzt gleichzeitig gar die braucht aber mindestens noch 10 15 minuten also wenn ihr mit einem messer reinstecht soll die reich reingehen und weich wieder rauskommen tut sie das nicht lasst sie noch länger drin die war jetzt sowieso erst 50 minuten drin deswegen park ich mein gemüse jetzt in einer schüssel da muss es nachher sowieso noch mal hin dann nehme ich das blech hier das backpapier mal runter und die gehen zurück in den ofen bis sie gar sind jetzt sind meine roten wehten auch gar eine stunde 15 hat es am ende gedauert so die können wir dann auch einfach auspacken wunderschön rot sind die geblieben wie sich das gehört die lassen sich jetzt erst mal ein bisschen auskühlen damit ich sie gut schälen kann die lassen sich jetzt hier wie gesagt wunderbar schälen ihr könnt handschuhe anziehen mich stört das jetzt nicht gerade das bisschen rosa seht ihr wie leicht das hier abgeht ganz ganz einfach geht das jetzt gucke ich mal meine hände wieder sauber kriege ich finde allerdings rosa steht mir ganz gut also geht auch wieder ab die farbe so die könnte jetzt hier über einer schüssel direkt klein schneiden ihr seht die dampft hier noch ein bisschen ich schneide jetzt hier in so kleine spalten so dann zupfe ich mir nur noch ein bisschen frische petersilie muss nicht viel sein so ein klein bisschen einfach für die farbe einmal kurz drüber hacken dann verteile ich das hier auf meine beiden schüsseln mein dressing das schüttel ich einmal noch kurz ein bisschen durch so warum packe ich das jetzt nicht beides einfach in eine schüssel kann ich natürlich machen ist überhaupt kein problem ich möchte allerdings nicht dass der komplette salat gleich gefärbt ist damit ein bisschen kontrast da ist das ist einfach eine optische sache deswegen mariniere ich die jetzt separat das ist so lecker schaut euch an wie schön dieses gemüse glänzt so ich fange an mit meinen karotten verteilt diese schön auf einem teller das könnt ihr natürlich machen wie ihr lustig seid so die rote bete pack ich oben drauf weil die ist für mich hier ganz klar der hauptdarsteller so hierauf noch ein wenig filter gebröselt und ganz ehrlich was will man mehr so meine lieben ich freue mich riesig auf diesen salat das sieht sowas von lecker aus ich weiß nicht ob das in der kamera rüberkommt und ich habe eine sache vergessen die würde wunderbar noch dazu passen ist so schon genial aber zum beispiel ein paar getoastete walnüsse oder kürbis kerne würden das wirklich noch das i tüpfelchen aufsetzen so schauen wir mal die rote bete die süße der roten bete bleibt durch das rösten wunderbar erhalten passt perfekt mit dem feta käse ist einfach nur lecker und mit dem honig und balsamico eine wirklich perfekte mischung finde ich und die zwiebeln noch dazu also wirklich ein highlight mit dem salat da könnt ihr euch viele freunde machen so probiert diesen salat wirklich aus der ist der absolute wahnsinn und schaut her meine hände die habe ich nur mit wasser gewaschen die sehen schon wieder normal aus meine küche ist auch kein chaos es ist also wirklich einfach unproblematisch gesund lecker was will man mehr von einem salat und der macht auch satt so schreibt mir gerne in die kommentare wenn ihr es nachgekocht habt solltet ihr noch keine abonnenten sein freue ich mich riesig wenn ihr meinen kanal abonniert das kostet natürlich auch nichts und über euer feedback freue ich mich natürlich auch jedes mal so damit sage ich tschüss viel spaß bis zum nächsten mal ciao ciao und schaut euch gerne auch mal die videos in der empfehlung oben an bis zum nächsten mal